Bevor wir beginnen eine Warnung. Der Spaß in dieser Mission basiert wirklich darauf, dass ihr den Schatz suchen müsst. Wenn ihr wisst, wo er sich befindet und wie man dort hinkommt, könnt ihr die Mission auch gleich überspringen. Die erste Siedelmission der Missions-CD schickt die Römer auf Schatzsuche. Unser Ziel ist es, einen großen Goldschatz zu finden, der sich auf einer Insel in der südwestlichen Ecke der Karte befindet. Diese Mission können wir nicht verlieren, da wir weder Feinde noch ein Zeitlimit haben. Es gibt zwar auch verbündete Mayas und Wikinger auf der Karte, aber mit denen werden wir nicht interagieren. Können wir auch gar nicht. In dieser Mission starten wir ohne Siedlung, dafür aber mit vier Gründungskarren. Lasst die Pioniere zunächst den Großteil der Insel einnehmen. Auf der ganzen Insel liegen Werkzeuge und andere Dinge verstreut, die wir brauchen werden. Danach baut ihr ganz normal eine Siedlung auf. Euer Ziel sind ein Gründungskarren, eine Werft, ein Hafen, eine Fähre und ein Handelsschiff. Rohstoffe findet ihr in den Bergen. Der Südliche hat auf jeden Fall alles, was ihr benötigt. Wir können die Insel mit dem Schatz nicht auf direktem Wege erreichen, da Felsen den Weg blockieren. Daher müsst ihr auf der Insel mit unseren Verbündeten eine Kolonie gründen. Baut dort einen Hafen, damit weitere Rohstoffe nachgeliefert werden können und auf der anderen Seite der Insel eine Werft. Diese lasst ihr eine weitere Fähre bauen, die ihr damit einen Siedler beladet und in den Südwesten der Karte schickt. Sobald euer Siedler den Schatz sieht, habt ihr die erste Siedlmission schon gewonnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017